In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du ein Team für deinen Unterricht anlegen kannst und so deine Schüler auch von zu Hause Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stellen kannst. In einem ersten Schritt meldest du dich bitte beim Office-Portal an. Die Adresse dazu ist portal.office.com. Dort kannst du dich mit deiner Schul-E-Mail-Adresse einloggen und du kommst in diesen Übersichtsbildschirm. Dann klickst du in einem nächsten Schritt bitte auf die Kachel Teams. Nun öffnet sich Teams in einem neuen Tab in deinem Browser. Auf der linken Seite hast du eine Übersicht über die Aktivitäten, über die Chat-Aktivitäten, über die Teams, über die anstehenden Aufgaben, einen Kalender und so weiter. Für uns hier ist aber jetzt einmal der Punkt Teams relevant. Dort kannst du nun ein neues Team für deine Lerngruppe erstellen. Das geht mit dem Button Team erstellen. Dann wählst du hier ein Kursteam. Im nächsten Schritt musst du für dein Team einen passenden Namen suchen. Um mir als Administrator die Arbeit zu erleichtern, würde ich dich bitten, dass du dein Team nach einem festgelegten Namenschema benennst. Das Namenschema ist Fach, danach die Klasse und danach das aktuelle Schuljahr. Mein Schulungsteam besteht nun aus der Testklasse und zwar im Schuljahr 2019-2020. Die Beschreibung ist optional. Diese kannst du hier auslassen. Mit einem Schritt auf Weiter kannst du nun deine Schüler und Schülerinnen hinzufügen. In unserem Tenant habe ich das so vorbereitet, dass du nur den Begriff Klasse eingeben musst und schon bekommst du hier alle Klassen vorgeschlagen, die an unserer Schule sind und du kannst mit einem Rutsch eine Klasse hinzufügen. Ich zeige dir das nun anhand der Testklasse. Ich gebe Test ein und bekomme hier nun meine Testschüler, meine Testlehrer und hier dann die Testklasse. Diese wähle ich aus und klicke auf Hinzufügen. In meiner Testklasse sitzt derzeit nur ein Mitglied, das wurde nun automatisch hinzugefügt. Wenn du deinen Team-Teaching-Partner oder deinen CoKV auch noch deinem Team hinzufügen möchtest, klickst du hier nun auf den Punkt Lehrer. Dann suchst du den Lehrer, in meinem Fall den Testteacher und fügst den Testteacher auch noch hinzu. Nun kannst du dieses Fenster schließen und dein Team ist schon erstellt. Du siehst hier nun im Bereich Teams das Schulungsteam mit der Testklasse im Schuljahr 2019-2020. Klickst du nun auf den Button Alle Teams, bekommst du hier dann eine Kachelübersicht, in welchen Teams du Mitglied bist. Neben dem Teamnamen findest du das sogenannte 3-Punkte-Menü. In diesem 3-Punkte-Menü kannst du das Team jetzt noch verwalten. Dort siehst du jetzt, wer die Besitzer des Teams sind, das sind die beiden Lehrer und wer Mitglieder sind, das ist der eine Testschüler. Solltest du aus Versehen Schüler zu viel hinzugefügt haben, kannst du diese nun hier mit dem X wieder entfernen. Wenn du noch Mitglieder hinzufügen möchtest, geht das ganz einfach über den Button Mitglied hinzufügen und du kannst wieder Schüler und Schülerinnen suchen oder deinen Kollegen. Der nächste Punkt in diesem 3-Punkte-Menü wäre der Punkt Kanal hinzufügen. Wenn du dein Team etwas strukturieren möchtest, beispielsweise mit verschiedenen Unterrichtsthemen, dann kannst du das über Kanäle organisieren. In meinem Fall zum Beispiel Kanal 01 sind die Dezimalzahlen. Dann soll dieser Kanal automatisch für alle Benutzer angezeigt werden und ich füge den Kanal hinzu. Nun hast du neben dem Kanal Allgemein noch einen Kanal Dezimalzahlen und kannst in diesem Kanal Dezimalzahlen hier separat die Unterhaltungen führen zum Thema Dezimalzahlen oder auch separat Dateien zum Thema Dezimalzahlen hinzufügen. Solltest du in deinem Team Aufgaben geben wollen, findest du die Aufgaben allerdings nur hier im Kanal Allgemein, da nicht jeder einzelne Kanal einen Reiter Aufgaben erhält. Du hast es nun also geschafft, dein erstes Team anzulegen. In den nächsten Videos möchte ich dir dann noch zeigen, wie die Kommunikation in Teams funktioniert, wie du Dateien ablegen kannst, wie du deinen Schülern und Schülerinnen Aufgaben stellen kannst und wie du mit Hilfe einer Webcam auch Live-Besprechungen durchführst. Viel Spaß beim Einstieg in Microsoft Teams.